Was ist eigentlich mit der Josie? Meldet sich nicht mehr oder was? Einfach nix mehr, keine Reaktion oder was? Mit dieser einen hast du doch immer gechattet. Wie ist die noch? Josie? Und was ist mit der Josie? Nix mehr? Schick dir doch mal ein vernünftiges Schwanzfoto. Komm, gib mal dein Handy, ich mach eins. Ja, das ist wirklich ein schöner Schwanz. Darauf willst du reagieren. Ja, so, wirklich ein schöner Schwanz. Herrlich. Ja, komm, dann chillen wir ein bisschen im Park und warten mal auf die Antwort. Komm, wir chillen ein bisschen im Park und checken mal die Antwort. Ja, ich muss noch mal sein. Vielen Dank.